Guten Tag! Ich bin Lisa, die synthetische Stimme von Scribble Power. Ich darf Ihnen heute Scribble Power vorstellen. Nach der Installation hat sich Scribble Power als PowerPoint 2010 Add-in installiert. Mit einem Klick auf den Reiter Scribble Power erscheint oben in der Menüleiste das Add-in. Nun befinden wir uns direkt im Menü von Scribble Power. Mit einem Klick auf Neu, und nach Eingabe der Benutzerdaten kann es losgehen. Nach kurzer Ladezeit, die Scribbles aus unserer Bibliothek müssen erst auf den jeweiligen Computer übertragen werden, öffnet sich die Sidebar, erstellen wir jetzt eine Scribble-Animation. Zuerst benötigen wir den Text der bei der Animation des Scribbles von mir gesprochen werden soll, wie zum Beispiel, das ist Paul. Dazu können wir aus einer der verschiedenen Kategorien ein Scribble wählen. Ich nehme eine Person. Mit Klick auf Suchen werden mir alle verfügbaren Personen angezeigt. Wir klicken auf das Scribble unserer Wahl, und fertig. Danach folgt die Bewegungsrichtung, also die Richtung, aus welcher die Hand das Scribble auf die Folie schiebt. Neben rechts, links, oben und unten gibt es auch die Möglichkeit ein Scribble ohne Handbewegung erscheinen zu lassen. Im letzten Schritt fügen wir die Animation auf unsere Folie ein. Mit den in PowerPoint üblichen Werkzeugen kann die Größe und Position des Scribbles verändert werden. Um zu sehen, wie die Animation und die gesamte Folie als Video wirkt, lassen wir uns eine Folienvorschau anzeigen. Am Ende erstellen wir das Video ganz einfach mit der Funktion, Exportieren. Am Ende erstellen wir das Video ganz einfach mit der Suche und Position des Scribbles verabschieden.